Sonntag, 28. August, unser letzter Tag des Trainingslagers hier in Sölden. Wir sind jetzt hier am Rettenbachgletscher und fahren jetzt die schwarze Schneidbahn hinauf, ganz nach Höhe. Untertitelung des ZDF, 2020 Endlich oben. Auf wieviel Meter? 3243. Ganz schön hoch, was? Tiefenbachgletscher. Und wer zu schnell fährt, wird geblitzt. Kalt. Kalt und hart. Kalt und hart. Kalt und hart. Und dreckig. Und dreckig. Kalt. Kalt. Musik Da sind wir wieder. Oh, merkt die 3000 Meter. Musik Das ist die Aussichtsplattform. Auf die nicht jeder raufgeht. Musik So, wir sitzen jetzt im Bus und fahren zurück nach Sölden. Wir wollen dann noch den Geislachtkogel ganz nach oben fahren. Der Geislachtkogel war so schön. Mach mal. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020